Hey Leute, willkommen in Part 5 von Dark Angel und ich habe mal kurz in der Anleitung geguckt. Ich habe jetzt herausgefunden, wie das hier geht. Man muss sich hier drunter stellen und dann ganz schnell B zum Springen und dann Y drücken und dann hängt sie sich da oben hin. Und mit Y kann man dann, könnte man da jemanden dann, der da drunter läuft. Oh. Könnte man denn jemanden, der da unten ist, ähm, der entdeckt einen nicht, so wie der hier. Und dann kann man sowas hier machen. Cool. Okay. Der da hinten bewegt sich und hustet ganz heftig. Ah, hier ist aber sonst niemand mehr. Das war bloß der und dem, dem wir gerade schon begegnet sind. Okay. Okay. So. Hier hätten wir alles. Ja Leute, wir machen hier munter weiter. Strichcodes an den Türen. Nichts zum Einsammeln, glaube ich. Hm. Der Gefahren, oh oh. Der Gefahrenbalken geht gleich weiter. Okay. Ist der allein? Oh, da ist da noch jemand um die Ecke. Werden wir wohl so schnell nicht. Ah, okay, hier ist niemand. Momentchen mal. Ich gehe mal nochmal auf die Karte. Ah, okay, da hätte ich es jetzt gesehen, dass da noch eine Biegung kommt. Aber da ist die. Schaut mal den Gefahrenbalken. Warum letzten Part eigentlich, während wir da um die Ecke geguckt haben und wieder gesehen worden, weiß ich auch nicht so genau. Das wäre jetzt ein richtiger Moment gewesen. Der dreht sich aber jetzt bestimmt um. Ja, okay. Wir müssen warten, bis der hinterher sich wieder umdreht. Zum Beispiel jetzt dann. Schnell, 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 Max. Jawohl. Und er findet es nicht sonderbar, dass sein Kumpel jetzt nicht mehr da ist. Aber das ist sein Problem und nicht unseres. Spätestens jetzt wird es zu seinem Problem. So, das Sektor Team 4 hat sich immer noch nicht gemeldet. Das ist ja übel. So, das Sektor Team 4 hat sich immer noch nicht gemeldet. Ok. Uh. Das ist ein Chameleon Man. Ah, der kann sich... Autsch. Ah. Gecko heißt der. Ok. Okay, den habe ich sogar getroffen, als er unsichtbar war. Gecko-Man. Okay. Ah, okay. Gleiche Strategie wie bei dem anderen. Man muss dem hier ausweichen. Und wenn er dann rennt... Oh, Mist. Okay, aber ich habe ihn gefasst. Und Max, ich sehe gerade, weil das so blinkt, Max ist dauerwütend. Jawohl, das hätte ich wohl gern. Jawohl. Habe ich dich. Ja, das sehe ich genauso, Max. Tüdel-Tüt hieß wohl... Oh, die Tür ist ja auf. Aber es geht gleich mit dem Gefahrenbalken weiter. Aber noch nicht gleich. Wir bekommen schon wieder so viel Lebensenergie. Das macht mich ganz nervös, Leute. Danger. Storage. Aha. Gefahr. Lager. Und die schauen alle in unsere Richtung. Alle beide. Kann ich eigentlich... Nee, das war es nicht. Das da. Möglicher Eindringversuch in Sektor 7b. Ah, der kommt. Habt ihr je beim Wrestling zugesehen? Wie steht es mit Boxen? Uh, dem bin ich genau in die Arme gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, bloß weg da. So. Wieder mal du und ich, Junge. Bam. Komm her, du. War es auch für dich schön? Okay. Das hier ist ein Lager. Oh, was muss ich jetzt hier in diesem Lager machen? Habe ich eine Code-Karte gekriegt oder so? Ah, oh, nein. Ein Aufzug. Hinein in den Aufzug und speichern. Kampf im Heizungsraum heißt dieser Abschnitt. Hm, ich denke, da müssen wir kämpfen im Heizungsraum. Besiegen, besiege die Sicherheitskräfte im Heizungsraum. Los geht's. Bitte, ich habe die Nachricht nicht gesätet. Das war... Max böse. Okay, wartet mal. Ich nehme jetzt mal die Tonnenfass. Halt, nein, 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 nein. Halt, da sind sie. Noch ist sie nicht wütend genug. Ich dachte, den hätte ich schon. Wow. Jetzt ist sie aber wütend. Mach mich nicht noch wütender. Ich warne dich. So. Jawoll. Ich verstehe. Leistungsangst. Oh. Da müssen wir also hin. Dann gehen wir doch da mal hin. Was uns dahinter wohl erwartet. Schleichen wir. Ah. Oh, nochmal Speichern. Das ging ja aber schnell. Eicorp scheint diese Brücke stark zu bewachen. Abgehörte Nachrichten belegen, dass das Zillen war, die sie aus dem Heizungsraum geschleppt haben. Ich kann ihre Position auf einem der dort angedockten Schiffe erkennen. Wenn du über die Brücke und in das Meeressteuerzentrum gelangen kannst, können wir herausfinden, auf welchem Schiff sie gefangen gehalten sind. Sei vorsichtig auf der Brücke, Max. Zu den Sicherheitsteams gehören auch X7-Krieger. Yo, Leute. X7-Krieger. Was auch immer das für welche sind, die klingen nicht dem, wie soll man sagen, angenehm. Die Devil's Bay. Brand auf der Devil's Bay Brücke. Aha. Was müssen wir da tun? Überquere die Devil's Bay Brücke und dringe in den Frachthof des Meeressteuerzentrums ein. Suche nach einem Käpt'n, der Sicherheitsausweise für einige Tore mit sich führt. Suche einen Weg, den benötigten Sturm für die Sicherheitstore wieder einzuschalten. Außerhalb des letzten Tores wurde extremer Widerstand festgestellt. Hoffentlich sehen wir dann, wann das letzte Tor ist. Zum Augenblick fährt ein großes Schiff des südafrikanischen Militärs in den Hafen von Seattle ein. Während die Südafrikaner überall auf der Welt den Jahrestag ihrer ersten demokratischen Wahlen feiern, einen Feiertag, den sie Freedom Day, Freiheitstag nennen, verkauft ihnen unser Militär ein kleines Stück unserer Freiheit. Das ist wohl das Meeressteuerzentrum gewesen. Ups. Max, die gute Nachricht ist, dass es eine Brücke über die Devil's Bay gibt. Die schlechte Nachricht ist, dass sie stark bewacht zu sein scheint. Ich kann eine Art genetisch aufgewerteter Truppen erkennen. Lass dich möglichst nicht sehen. Vergiss das X5-Gewehr nicht. Benutz es, wenn du musst. Und Max, beeil dich. Oh, oh. Ja, Leute. Ihr habt ja gesehen, auch diese Einblendungen, wenn der Logan so einen Spruch ablässt. Das ist ein Streaming-Freedom-Video. Das postet er dann ins lokale Fernsehnetz. Und er kann nicht zurückverfolgt werden. Und er ist so eine Art Netzjournalist eben. Und, ähm... Huh. Wir sind im Dunkeln. Er sieht uns nicht. Oh. Okay. Ähm. Ja, hier schwenkt die Kameraleiter nicht weiter. Äh. Huh. So wollte ich es jetzt nicht haben. Ich weiß nämlich nicht, wie viele das sind. Huh. 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 Mein Plan ist mal, hallo Kammer, könntest du jetzt mal wieder, ja, den, den wir jetzt sehen, den zu schnappen, wenn der andere grad so um die Ecke geht. Und dann schnell den anderen auch noch schnappen. Das ist jetzt mal so mein Plan. Und schnell ist hier das Schlüsselwort. Hm. Er sieht uns hoffentlich immer noch nicht. Er schaut auf die Uhr. Sehr schön. So, jetzt da. Jetzt geht er nämlich da um die Ecke. Und der andere dreht sich doch bestimmt auch gleich um. Äh. Das hatte ich mir jetzt anders vorgestellt. Gut. Und gut. Jawohl. Keiner hat was gesehen. Keiner hat was gehört. So, jetzt schauen wir uns mal hier um, ob wir hier irgendwo was zum Einsammeln haben. Gefahrenbalken ist blei, blei, blei null, bei null. So, aber er nimmt wieder zu. Warum nimmst du zu? Wegen dem hier. Wegen dem hier. Und da ist auch noch einer. Wieder zwei, die sich gegenseitig decken. Ja, in dem Fall habe ich jetzt einfach auch mal die Vermutung, dass die Heimlichkeitstour uns weiterbringt. Also rohe Gewalt. Vermute ich mal. Äh, der hintere deckt jetzt den Vorderwand. Das ist gemein. Muss ich da nach einer, äh, nach der geeigneten Frequenz suchen? Oder kann ich da einen ablenken? Ja, wenn ich den ablenke, dann... Hm. Schwierig. Du, da hinten... Ja, das... Äh, vielleicht... Ich habe jetzt Angst, dass der zu früh wiederkommt, zurückkommt. Ja, ist er auch. Mist. Das ist jetzt so eine Wartessache. Soll ich da in die Ecke gehen? Aber dann sehe ich den da hinten ja nicht mehr so gut. Ist der ja verborgen für mich. Ähm, ich versuche mal nochmal ein, zwei Runden hier auszuharren. In der Hoffnung, dass es vielleicht jetzt besser ist. Momentchen, jetzt könnte es, jetzt könnte es. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das hätten wir doch gut hingekriegt. Ist hier irgendwas zum Einsammer. Zu lange. Ha. Oh, der Gefahrenbalken ist immer noch oben. Müssen wir da wirklich durch diesen Bretterverschlag durchwaschen. Oh, da steht einer. Da dürfen wir nicht weiter. So. Da wächst hier ein bisschen Gras. An der Wand raus. So. Jetzt gucke ich mal. Äh, wie war das nochmal mit dem Pfeifen? Äh, es reagiert aber niemand. Da hinten läuft einer. Da steht einer. Was ist denn, was passiert denn, wenn ich jetzt... Ich habe Schiffes. Vielleicht kriege ich den ja auch über die Heimlichkeitstour. Vielleicht wird er sich wieder entspannen. Das machen die immer so. Jawohl. So. Das war doch jetzt der hier, oder? Ich hoffe schon. Ja, das war der. So, da hinten läuft noch einer. Hier steht aber keiner mehr, oder? Ne, das sind immer zweier Teams, so wie es aussieht. Äh, die Kamera. Also, ein Blick in unsere Richtung. Der verzieht sich wieder. Und das war's. Ah. Wir haben eine Code-Karte. Jawohl. So. Ich glaube jetzt mal können wir uns mal hier ein bisschen umsehen. Kein Gefahrenbalken mehr. Aber hier gibt es auch nichts zum einsammeln, oder? Nö. Da ist das Spielen sehr spartanisch. Na schön. Dann suchen wir mal das Tor, das wir öffnen sollen. Das vermute ich mal irgendwo hier. Ja, da ist es. So. Ja. Fup, fup. Jawohl. Oh, ja kommen schon die Nächsten. Uhu. Weiß nichts, was ich... Nicht, was ich da was sagen soll, Leute. Oh, da steht noch einer. Schaut mal. Oh, jetzt heißt es wieder abwarten. Ich hoffe, Leute, es ist für euch okay, dass ich hier nicht die Brachial-Methode mache. Oh, das Wasser da unten ist aber auch recht hübsch gemacht. Sondern, dass ich hier versuche, über die Heimlichkeitsschiene das Ganze zu regeln. Momentchen mal, ich könnte aber hier mit dem Pfeifen arbeiten. Momentchen. Jetzt zum Beispiel. Ah. Jawohl. Und die zwei haben nichts gesehen. Sehr gut. Jetzt muss ich die nur, ähm... nacheinander noch anlocken. Oder zumindest einen. Und da würde ich jetzt den von uns aus gesehen linken nehmen. Störing im Bereich. Ah, andere Richtung. Jawohl. So, jetzt brauche ich eigentlich nur noch warten, bis der sich wieder... ...zurück... ...wendet und dann wieder... ...wendet sozusagen. Also, äh, jetzt hier wieder umdreht. So, das ist unsere Chance. Jawohl. Aber der Gefahrenbalken ist immer noch... ...nicht... ...erloschend. Da ist dann nix, der. Und der ist bestimmt wieder nicht allein. Ich will jetzt ungern hier in die Scheinwerfer des Autos reinlaufen. Da ist der vielleicht doch allein. Nein, der ist natürlich nicht allein. Wahr, ja, klar. Kann ich denn eigentlich... Oh, Perimeter durchbrauchen. Jemand ist hier... Da würde ich jetzt mal diese Lautbuspistole nehmen. Ja, es ist gut, Logan. Nehmt das nicht persönlich, Jungs. Ich tritt jeden in den Hintern. Okay, das ist irgendwo unterhalb. Okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber... Gut, aber hab mich nicht schlecht geschlagen. Ah, da geht's runter. Fapp. Geht's da hin? Da geht's nicht weiter. Und wo geht's da hin? Äh... Warte mal. Ach, das ist von da, von da ich komme. Von wo ich komme. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Da müssen wir die Code-Karte benutzen. Rule 2. Eine Code-Karte der Kategorie 0,2. So. Äh, was war das? Ah, da können wir was... Was drücken. Ah, wir haben jetzt irgendwas aufgemacht. Das ist das Tor wahrscheinlich. Kein Gefahrenbalken. Gut, Leute. Nachdem wir jetzt im Augenblick außer Gefahr sind, würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal einen Cut. Und wir machen dann mit der Devil's Bay Brücke oder die Brücke über die Devil's Bay dann im nächsten Part weiter. von Dark Angel, nämlich die James Cameron's Dark Angel Geschichte. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.